So, Hallihallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin etwas noch angeschlagen, aber es gab einige Fragen bei web.de und ich möchte in diesem Video so einige Sachen klar stellen und beantworten. Das aller allererste ist, wenn Sie sowas finden, entsteht meistens nur ein Werbespot und dann geht es weiter oder Adblocker deaktivieren. Und dann gibt es natürlich auch mit Rufnummer und sowas und die Bestätigung. Da ist es wichtig, auch wenn so ein Popup einblendet, dass man da sagt, ja ich kontrolliere das, da wohne ich, da passt. Es ist wichtig, dass Sie echte Daten angeben, weil es gibt manche Leute, die Spaßweiber wegen Datenschutzgrundverordnung und Pipapo falsche Daten angeben. Ganz ehrlich, wenn ich eine Mailadresse habe, dann sollte ich wenigstens eine haben, die echt ist mit echten Daten. Sonst kann web.de da gar nichts wiederherstellen. Im schlimmsten Falle halt eben. So, dann sage ich Daten bestätigen und dann habe ich halt das hier. Und viele vergessen, dass es da, wenn man nach unten scrollt, diesen weiter zum Postfachbutton geht. Es ist so gesetzlich gesehen her, es ist umstritten mit den Werbeblockern. Aber mittlerweile hat der Gesetzgeber gesagt, so einfach ist das nicht, dass man den Adblocker so jetzt zwingen kann, dem Kunden zu sagen, du musst es ausschalten, sonst geht nichts. So, mal eine kurze Einblendung zu meiner Aussage. Es ist ein bisschen komplizierter. Ich habe mich vom Fachanwalt beraten lassen. Und generell ist es so, ein Aufzwingen, ist, also es gibt verschiedene Urteile, BGH, Köln, Hamburg und auch europäische, gibt es da Grundrechte und auch in Amerika gibt es gewisse Rechtsprechungen, so allgemeine Rechtsprechungen eher. Aber generell geht es darum, dass man so einfach als Webseitenbetreiber nicht sagen kann, ja hier, wenn du jetzt auf diese Webseite nicht deinen Adblocker deaktivierst, dann fick dich ins Kino Motherfucker Kind, du kommst hier nicht rein, du kannst hier gar nichts machen, solange du den kompletten Adblocker abschaltest. Und das ist halt wegen den Datenschutzgrundverordnungen und wegen auch anderen Rechtsprechungen halt fragwürdig. Da gibt es viele Richter, die da nicht den User komplett einschränken, sagen wir es mal so. Ähm, so meinte ich das im Endeffekt vorher mit meiner Aussage. So, dann klicken wir mal auf diesen Button weiter zum Postfach und gelangen wir dann halt zu unserem Postfach und ich sehe, da hat jemand wieder versucht, mich anzugreifen, also so ein Login-Versuch. Äh, ja, ähm, da sieht man mal, äh, wie ein einfaches Postfach vom Web.de safe ist, ne? Also, von daher, ähm, ist ja nicht mein Postfach im Endeffekt. Ich, äh, hab ja mein anderes Hauptpostfach, ne? Aber das ist halt, ähm, manche Leute glauben, dass das mein Hauptpostfach ist, ne? Aber das ist nur zuvor für Zwecken, für Schulungen, für die Schulung. Ähm, für Web.de, mach für mehrere Unternehmen, äh, so kleine Schulungen. So, okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir gleich weiter. So, da sind wir mal angelangt, zu unserem E-Mail-Postfach und wir haben hier so Web.de-Informationen. Das kann man immer löschen und die Hauptwerbung, die kann man nicht löschen, ne? Also, die Hauptwerbung, die ist halt dritten drin, aber ist ja nicht so schlimm. Ne? Dafür, dass es kostenlos ist und Ihnen zur Verfügung gestellt wird von Web.de, ist es ja, äh, verschmerzlich. Man kann es verschmerzen, so. Das, was ich jetzt hier markiert habe, das kann ich bedenklich löschen, wenn Sie so welche Werbung haben oder Informationen können Sie auch löschen und das ist jetzt mal so ein Test von mir gewesen, ne? Ähm, ich hab an mich selbst das gesendet, ne? Und da ist dann zum Beispiel die AGBs, die neuen, die kann man getrostlos ignorieren, weil das steht sowieso eben immer nur der gleiche Wirrwarr drin, dies und das und das, äh, äh, darf man nicht machen und ist und ist und bla bla bla. So. So, da haben wir natürlich die intelligente Postfachfunktion, ja, die kann man dann einschalten und man kann auch, ähm, Postfach hinzufügen oder Ordner hinzufügen. Sie können jetzt die Ordner nicht sortieren oder so wie bei Outlook, ähm, aber da gibt es einen Trick, wie Sie es da auch über Outlook machen können, das zeige ich dann später im Verlauf des Videos. Ansonsten haben Sie auch die verschlüsselte E-Mail-Funktion, äh, ganz jährlich, das muss man erst einrichten und, ähm, ist super safe. Man braucht den Scheiß nicht, ne? So, unter Einstellungen, wenn wir jetzt gelangen haben, wir verschiedene Möglichkeiten. Einmal oben E-Mail, das ist unsere Hauptregisterkarte, da können wir zum Beispiel die Formatierung von unserem Mail festlegen. Also, das heißt, welche Schrifte, äh, welche Schrifte schreiben, welche Signatur, ne? Also, hier zum Beispiel ist die Größe, mach ich mal auf 14 und da haben wir 14. Wir könnten jetzt mit Farben rumspielen, aber es ist, wir könnten das auch zurücksetzen, aber das ist Blödsinn. Dann speichern wir das Ganze, klicken wir auf Speichern und schon haben wir in Zukunft Schriftgröße 14. Ähm, man könnte eine Visitengarde machen mit einer Signatur. Man könnte ja auch so einstellen, die vorgeschlagenen Kontakte, dass der das vervollständigt, kann man ein Häkchen machen. Also, das müssen Sie entscheiden, wie Sie das, ähm, am besten wollen. Manche mögen keine Visitenkarten, manche mögen eine Signatur, das obliegt bei Ihnen, ne? Also, ähm, gibt einen Trick mit Bildern sogar hinzufügen. Oder gab's zumindest, ich muss mich mal nochmal schlau machen, äh, ob das noch so funktioniert und dann werde ich dazu ein Spezialvideo machen. Ja, dann kommen wir zur automatischen Antwort. Kennt ja jeder, ne? Wenn man im Urlaub ist, kann man sagen, hey, ich mach mal so ein, äh, von einem gewissen Zeitraum, wo ich im Urlaub bin. Hm. Und dann schalte ich das ein und sagt meinem System, von diesem, sagen wir mal, vom 26. bis zum 31. kommt dieser Text. Also, das ist Ihnen diese Antwort. Und da können Sie auch einen anderen Text festlegen, wo Sie sehen, Sie haben nicht viele Möglichkeiten, nur 500 Zeichen, aber man könnte dann die Leute benachrichtigen, ne? Und am meisten wissen die Leute Bescheid. Ähm, ich biete sowas auch an. Ich biete eigenen, äh, ähm, Emil an, auch, also Emil-Adressen vermarkte ich, aber mit nicht 500 Zeichen, dann bei mir haben Sie viel mehr Zeichen. Viel, viel mehr Zeichen. Dann gibt's natürlich eine Weiterleitung, wo man mir das weiterleiten kann, das ist ganz, ganz klar. Da können Sie dann aussuchen, um welche Emil-Adresse Sie sehen und wann, von welchem Zeitraum weiterleiten können. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Das sind dann Ihre persönlichen Gründe, wenn Sie das einstellen. Und Sie können auch nichts weiterleiten oder dauerhaft weiterleiten, so. Kann sein, dass da einer halt eben über Web.de nicht, äh, zugreifen möchte oder über ein anderer, oder auf einer anderen Mail was halt haben möchte. Da haben Sie im Endeffekt einen Sammel-Dienst, da können Sie zum Beispiel eine Gmail-Adresse, also die Alternative ist eine Gmail, angeben, Zugangsdaten ganz klar wie immer angeben und dann holt Web.de, äh, die, also diese E-Mails von dem Postfach ab und sortiert diese halt in das Web.de-Postfach. Aus meiner persönlichen Sicht sehe ich da keinen Nutzen. Als hier Trainer sehe ich da keinen Nutzen. Wirklich, wenn ich woanders bin und habe einen viel besseren Service, ähm, es gibt kostenlose, wie Gmail oder auch andere von Microsoft und so weiter, MSN Live, wo viel mehr Möglichkeiten bestehen, warum sollte ich da das abholen, ja. Muss man selbst, äh, äh, wissen, ja. Dann haben wir ja die Möglichkeit, POP3 oder EAM-Abrufe zu, äh, einzurichten. Ähm, POP3 würde ich generell nicht empfehlen, ist veraltete Technik, ähm, EAM-Wenn und, ähm, da kann man dementsprechend bei Outlook das nützen. Also wenn Sie sagen, okay, ich kann zwar jetzt nicht die Mails sortieren, die Ordner, aber in Outlook könnte ich das. Praktisch gesehen, das ist nur theoretisch, und praktisch ist das so, das können Sie dann. Dann müssen Sie erst mal hier ein Häkchen, äh, machen bei POP3 und EAM-Zugriff erlauben, damit es überhaupt funktioniert. Und dann haben Sie unten drunter, sozusagen, für POP3 oder EAM-Abrufe, die, äh, Serverdaten. Ähm, äh, wichtig ist mir, ich mache, ich mache mal so einen Spruch, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, ne. Ich gebe da mal diese Sicherheitsabfrage jetzt mal ein. Und dann denke ich mal, ist das richtig? Ja, hier gehe ich auf Speichern. Und jetzt habe ich die Funktion aktiviert. Und jetzt muss ich natürlich in Outlook gehen. Oh, es gibt auch hier die Möglichkeit Anleitungen, ne. Können Sie auch Anleitungen, aber Sie brauchen diese in den meisten Fällen nicht, weil ich zeige Ihnen mal so ein Beispiel. Also zumindest wenn Sie Outlook 2019 haben, sagen wir es mal so. Okay. Also zuerst sollte man auf Konto hinzufügen klicken, ne. Ist ganz klar. Das machen wir mal. Wir klicken auf Konto hinzufügen. Und dann haben wir die Möglichkeit, die Mailadresse anzugeben. Könnten theoretisch die erweiterte Option noch machen. Aber wie gesagt, die erweiterten Optionen sind wirklich nicht bei Outlook 2019 nötig. Weil Outlook tut automatisch die beste Version und die Bestmöglichkeit eingebend zum Einrichten, ne. Ich zeige Ihnen das mal. Damit Sie das mal selbst sehen, dass das auch so ist. Also. Jetzt geben wir mal, hier war nochmal meine E-Mailadresse. Also es ist ja, na ja, richtig. So, dann tippen wir mal das ein. Andreas.Raczynski. Und dann add. Ja, das ist dann add. Web.de. Und dann klicken wir auf Verbinden. Ja, auf den Button Verbinden. Und dann pflegt er mich das Kennwort ab. Aus Datenschutzgründen kann ich natürlich das Kennwort hier nicht mehr. Und dann kopiere ich meine Daten ein. Fertig ist das Ganze. Und abgeschlossen ist es. Und ich habe auch die Möglichkeit, noch mobil, aber das brauche ich nicht. Dann mache ich ein Häkchen. Raus. Raus damit. Und okay. Und dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir nach unten scrollen. Dann haben wir jetzt das Empfang. Und dann unten sehen wir unser Web.de Postfach. Über Outlook natürlich. Ich kann zum Beispiel einen Ordner hinzufügen. Unter Ordnerübersicht. Den nenne ich dann zum Beispiel Büro. Und klicke auf OK. Also ich kann auch einrichten, wann die Mails gelöscht werden. Aber ich klicke jetzt mal auf OK. Und das ist jetzt wie bei das Web.de Interface. Alles erstellt. Alles wunderbar. Und ich könnte jetzt noch die E-Mails-Nachfunktion machen. Mehr kann ich da aber auch jetzt nicht ändern. Also ich habe jetzt Postdank und Papierkorb. Das alles kann ich nicht hier sortieren. Das ist so, wie es ist. Aber wenn ich jetzt auf Outlook gehe und auf Senden mache. Dann klicke ich mal auf dem Senden abrufen. Und der ruft das ab. Dann sehe ich, voila. Der Ordner Büro ist jetzt auch in meinem Outlook drin. Und die schöne Sache dabei ist. Ich habe jetzt gleich eine Pro-Funktion. Und zwar über Outlook kann ich das sortieren. Kann ich die Ordner sortieren wie in einer Pro-Funktion. Brauche ich also keine Pro-Funktion. Also richtig schön sortieren. Hier nicht. Ganz klar. Aber dafür halt eben im Outlook. Jetzt kommen wir zu den Filterregeln. Ich kann zum Beispiel auch Filter. So kleine Standardfilter. Einstellen. Und kann sagen. Ja. Damit ich kein Spam bekommen. Von irgendwelchen dubiösen Anbietern. Kann ich eine eigene Filterregel erstellen. Klicke ich mal drauf. Und dann sieht man. Na. Nochmal. Ich klicke da drauf. So. Und dann sieht man. Wähle eine der folgenden Bedingungen. Und es gibt halt Absender, Empfänger, Betreff und so weiter. Wobei Betreff am besten ist. Weil da kann man genauer oder beziehungsweise Wörter festlegen, die nicht drankommen sollen. Oder enthält nicht oder enthält oder ist oder so weiter. Man hat verschiedene Möglichkeiten. So. Und wenn ich jetzt das Betreff und sag enthält. Da sag ich mal Sex, du Geile. Machen wir mal süßiges. Du Sex, du Geile. Kennen wir ja. Irgendwo mal eine Flirtplattform registriert. Mal ausprobiert. In der Corona-Zeit durfte man ja nicht mehr richtig in die Bars gehen flirten. Und dann gab es viele, die haben halt eben die Todsünde begangen. Und haben Kausal-Dating gemacht und so weiter und so fort. So. Sex, du Geile. Lass mal mal drin. Und dann sagen wir, wo soll der es verschieben? In den Spam-Ordner natürlich. Und nicht in den Posteingang. Das heißt, wenn so ein Betreff ist. Sex, du Geile oder du Geile Sau. Dann entscheide das in den Spam-Ordner reinzutun. Dann gibt es natürlich auch Absender. Man könnte Absender oder auch Empfänger halt. Oder gewisse halt Sachen halt noch anders machen. Mit Absender, mit der E-Mail-Adresse. Aber die richtigen Scammer, die sind da verdammt gut. Also Betreff ist da mehr empfehlenswert. So. Also von daher machen wir einfach Betreff. Weil im Betreff kann was drinstehen. Und der kann da nicht immer die Wörter wechseln. Irgendwann ist es vorbei. Da kann gewisse Wörter mit rein. Und wenn er das ohne diese Wörter macht, wird es schwierig. So. Dann haben wir diese Aktion verschieben oder markieren oder löschen oder kopieren in den jeweiligen Ordner. Und wir sagen einfach verschieben in Spam. Und dann können wir theoretisch gesehen noch eine weitere Aktion hinzufügen. Aber es ist ein einfacher Filter. Brauchen wir nicht. Also löschen wir einfach gleich Papierkorb wieder und fertig. Und jetzt sind wir eigentlich fertig. Jetzt könnte man ein Häkchen noch machen. Keine weiteren Filterregeln auf diese E-Mail anwenden. Oder auf diese E-Mails anwenden, die mit diesem Betreff kommen. Und nö. Das kann ich machen. Muss ich nicht. Ich lasse einfach Filterregeln einrichten. Klick auf den Button und gut ist. Und jetzt immer, wenn, wie man unten sieht, Betreffzex, du Geile, was kommt, dann wird das automatisch in den Spam-Ordner von web.de. Die Filter-System mit ein, rein in den Ordner, im Endeffekt. Ja, jetzt haben wir natürlich noch den Spam-Schutz. Der ist generell aktiviert. Wenn nicht, dann sollten Sie ihn aktivieren. Und unten haben wir Spam-Report. Und wir haben dann dieses Adressbuch. Also, wenn Sie jemanden haben, den Sie kennen, aber der kommt nicht durch, da können Sie ihn in die Kontaktliste reintun, über das Adressbuch. Und dann kommt der auch über den Spam-Schutz durch. Das heißt, der wird dann durchgelassen, weil er eine Ausnahmeregel ist, weil er unter den Kontakten ist. Virenschutz gibt es natürlich auch, ganz klar. Und das war es dann auch schon. Mehr gibt es da nicht, tiefere Einstellungen. Und falls es nicht bereits aktiviert ist, können Sie es aktivieren, die Spam-Erkennung, verbesserte Spam-Erkennung für Nicht-Erwünsch-Themis und für Erwünsch-Themis. Einfach Häckchen machen und speichern und gut ist. Mehr gibt es da auch nicht so wirklich zu beachten. Das ist kein Hexenwerk. Und wenn Sie wissen möchten, wie das mit der Verschlüsselung geht, dann machen Sie Kommentare, Anfragen. Dann kann ich Ihnen das zeigen, weil es ist ein bisschen ein längeres Thema. Aber generell geht das alles über den Browser. Und ich halte nichts von dieser Sache, weil es gibt viel bessere Möglichkeiten. Ich biete solche an, solche Verschlüsselsysteme selber auf meinem eigenen Server. Wenn man so eine Mähe haben will, zögen wir einen gewissen Preis. Aber ansonsten, ja, so viel dazu. Dann haben wir noch die Erwünsch-Liste. Da können Sie zum Beispiel sagen, in dieser Liste gibt es E-Mails, die generell von der Spam-Briefung ausgenommen werden. Oder eine Domain, wie chip.de zum Beispiel oder web.de. Oder halt eben, jetzt mache ich ein Beispiel, ich gebe meinen Namen ein und sage, hey, diese E-Mail-Adresse soll ausgenommen werden. Und dann klicke ich auf Speichern und siehe da, da wird nichts mehr geprüft. Kann ich machen bei gewissen Leuten oder Anbietern, wo ich weiß, okay, der Anbieter hat Probleme, den tue ich in die Liste rein oder die Domain von dem Anbieter. Dann haben wir noch aktuell die Sperrliste. Das hatten wir letztes Mal einfach E-Mail oder Domain hinzufügen und dann ist dann dementsprechend entweder die Domain komplett oder die E-Mail-Adresse gesperrt. Sperrliste ist halt nicht so umfangreich, wo man gewisse Regeln festlegen kann. Und ja, wir sind eigentlich, wir sind zu Ende mit der Mini-Schulung und zusätzlich, wenn Sie etwas mehr Leistung wollen, ein bisschen so mehr Mail-Möglichkeiten, dann zeige ich Ihnen mal meine Version, was man bei mir bekommt. Ja, so sieht dann ungefähr das aus. Da sieht man da im Beispiel, dass man Posteingang hat, Spam, gesendete Würfe, Ordner. Man kann Kontakte stellen, Einstellungen. Also es ist viel, viel breiter vom Spektrum her zu einem WebDE einfaches Postfach. Man kann oben packen, als alles gelesen markieren, Ordner verwalten und so weiter. Also man kann auch wirklich diese Sub-Kategorie hat man da. Man sieht auch schön hier, Ordner an- oder ausmachen kann man. Also man hat viele Einstellungsmöglichkeiten, Identitäten kann man auch feststellen oder halt, sagen wir mal, Anlegen, so richtig Navigation mit Blindkopie und Signatur. Signatur ist ja richtig dann aufwendig mit Bildern und Pipapo. Dann hat man schnelle Antworten. Man kann zum Beispiel richtige Antworten für einen gewissen Text erstellen. und da hat man schon so einige Möglichkeiten, was man bei WebDE jetzt nicht machen kann. Ist ja halt nicht in diesem Umfang. Und ein bisschen Tee trinken. Und Einstellungen, Benutzeroberfläche, Postverhandelssicht, Nachrichtennachstellung, Nachrichtenerstellung, Kontakte, Spezialordner, Server-Einstellungen, ist klar, einige Funktionen. Aber man hat Funktionen, die man so nicht hat. Und man kann zum Beispiel auch einen Kontakt erstellen, man kann Felder hinzufügen, Anrede, Vornamen, etc. Pipapo, E-Mail, Telefon, Dienstlich und so weiter und so fort. Man sieht also, da gibt es schon viel, 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 viel mehr. Okay? So. Also das ist der Unterschied. Deswegen nutze ich WebDE nicht, weil ich, wie Sie ja selbst sehen, tausendmal mehr Möglichkeiten habe. Und wenn Sie das haben wollen, ja genau, hier zeige ich Ihnen nochmal ganz kurz wegen Empfänger. Man kann sich aussuchen. Dann hier noch Betreff. Dann haben Sie noch zur Maske diesen Editor. Also haben Sie viel mehr Schreibmöglichkeiten. Bilder einfügen und so weiter. Videos sogar einfügen. Also dann hat man hier noch Dateianhänge. Dann Empfangsbestätigung. Dann Übermittlungsbestätigung. Dann eine nervige Priorität. Und was cool ist, zum Ende muss man sagen, ist das Nachrichtenspeichern in. Wenn man jetzt eine Bank anschreibt, dann wird das halt, sagt man, die Nachricht, ich habe senden an die Bank. Aber nicht irgendwo auf gesendet, sondern soll in die Bank, in den Ordner für Banken, gesendet an Banken. Ich habe das jetzt im Beispiel erstellt. Normalerweise müsste das heißen, gesendet Banken. Und da hat man halt eine riesengroße Vielfältigkeit. Wie gesagt, das war es von uns. Abonnieren Sie den Kanal. Liken Sie meine Videos, empfehlen Sie sie weiter. Und ich hoffe, dass ich so einige Fragen klären konnte. Und wenn es Fragen gibt, in die Kommentare reinschreiben und abwarten.